Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 18, die 18. Challenge. Mal gucken, was es wird. Heute wird es Ausgang. Oh, okay. Ausgang. Mal sehen, was ich mir darunter vorstellen kann. Meine erste Idee zum Thema Ausgang sind Notausgänge, aber einfach nur die Tür zu fotografieren, wollte ich in dem Fall dann nicht, sondern habe ich mich auf die Schilder konzentriert, weil jeder kennt diese Schilder und weiß sofort, es ist ein Notausgang, also ein Ausgang. Meine zweite Idee war dann, eine Tür, also das Symbol für Ausgang, die Tür zu fotografieren an sich. Aber jetzt nicht nur stumpf die Tür, sondern die Tür wollte ich ein bisschen in Szene setzen, dass man sieht, dort geht es raus. Also habe ich die Tür dann mit Licht in Szene gesetzt. Mein abschließendes Foto zum Thema Ausgang ist folgendes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017